Ich bin Tanja Selmer oder auch Tiffy vom Klinik-Clown-Verein Lachen hilft e.V. aus Potsdam. Und wir sind heute hier bei der Demenz-WG, um den alten Menschen ein Weihnachtsgeschenk zu bereiten. Denn diese alten Menschen sind in der Krise besonders betroffen, sowohl vom Virus, aber auch von den Einschränkungen. Sie dürfen ihr Haus nicht verlassen, sie bekommen kaum Besuch. Und deswegen wollen wir zu ihnen kommen, hier in den Garten und wir singen ihnen Lieder, wir machen ein bisschen Poesie, wir machen ein paar Seifenblasen und bringen eine schöne weihnachtliche Stimmung. Und wie lange macht ihr schon so eine Aktion? Diese Aktion ist nur heute, aber zwei Teams reisen durch ganz Brandenburg, nach Jüterburg, nach Jericho, nach Lenin und in Potsdam, um eben möglichst viele Menschen zu erreichen. Jüterburg, nach W achem subscribing. Jüterburg, nach Bernab Seeho Sun